Bereich entriegeln, achso, warte mal. Oh, was jetzt? Was war denn? Keine Sorge wegen der Systemaktualisierung. Das ist ein Prototyp unserer interdimensionalen Kette. Damit kann ich dich aus der Hölle zurückholen. Bitte entschuldige den Stoß. Aber ich dachte mir, dass du dich sonst weigern würdest. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich habe einige Vorräte in meinem Büro. Hier entlang bitte. Dr. Samuel Hayden, wie er leibt und nicht mehr wirklich lebt. Vorräte im Büro. Okay. Willkommen, Dr. Hayden. Nimm, was du an Vorräten brauchst. Okay. Ähm, mach ich. Äh, das brauch ich. Das brauch ich auch. Immer noch nicht voll. Muni. Die haben wir voll. Was ist das hier? Kann ich das nehmen? Ist mir so langweilig, gegen die Dämonen zu kämpfen. Was ist das denn? Die Zerstörung des Argent Towers ist verheerend. Aber ich bin bereit, dir zu helfen, das Portal zu schließen. All unsere Arbeit und unser Wissen über ihre Welt beruhen auf den Inschriften eines großen Stein-Artefakts, das wir zu Beginn des Programms aus der Hölle geholt haben. Wir nennen es den Helix-Stein. Mhm. Der Stein hat uns verraten, wie man die Energie der Hölle manipuliert und für sich nutzen kann. Außerdem hat er uns zu dir geführt. Der Helix-Stein hat uns geholfen, die Macht des Brunnens einzufangen. Ich bin überzeugt, dass er dir zeigen wird, wie du den Brunnen stilllegst. Olivia hat den Helix-Stein schon seit Jahren in ihrem Büro in den Lazarus-Laboren. Die können nur über einen Aufzug im Komplex für fortgeschrittene Forschung auf der anderen Seite des Abgrunds erreicht werden. Deine Vorliebe für Waffen ist offensichtlich. Was? Ich bin sicher, du wirst dort etwas Nützliches finden. Oh? Oh? Der Wartungsaufzug liegt am Ende des Gats. Rieche ich da vielleicht die BFG? Dann hast du einen Hebel hier. Okay, er möchte natürlich uns helfen, damit wir Olivia aufhalten. Aber auch nur, damit er natürlich hier weiter Kohle machen kann. Was sind das für Wassergeräusche? Oh, Speicherpunkt erreicht. Dr. Samuel Hayden hat sich wieder eingeschlossen. Und ich komme hier auch nicht mehr zurück. Ja. Komm hier auch nicht durch. Hm, schade. Ein Secret weg. Äh, kann ich hier was machen? Hier kann ich nix. Hier kann ich nur wirklich hier durchgehen. Und das... Äh... Nee, das war's noch nicht. Och Mann, ich hätte gerne hier reingekonnt. Hier. Ah, Mann. Ich komme wirklich nicht mehr zurück hier, ne? Äh. Äh. Ne. Nix. Gar nix. Ja. Na, super. Okay, Leute. Wisst ihr, was wir machen? Wir hatten da hinten einen Speicherpunkt. Ich stelle mich auch mal wieder da hin. So. Und ja, hat das schon genau. Ich mache jetzt mit der Aufnahme hier Schluss. Und wir gehen, ähm, in der nächsten Aufnahme rüber in den Komplex von Olivia. Und, ähm, ich vermute ganz stark, dass wir da die BFG, die Big Fucking Gun bekommen, ähm, in den Waffenlaboren von der, ja, von der UAC. In den Waffenlaboren der UAC natürlich. Ähm, aber das, äh, schauen wir uns dann der nächsten Aufnahme an. Weil hier ist eigentlich ein ziemlich guter Punkt zum Aufhören, finde ich. Äh, daran kann ich mich erinnern, dass wir gerade Samuel Hayden getroffen haben. Deswegen sage ich jetzt hier an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Macht es gut und tschüss. So, weiter geht's bei Doom. Wir haben gerade Samuel Hayden getroffen. Ich erinnere mich tatsächlich, obwohl ich nicht in die letzte Aufnahme geguckt habe. Und hier ging's nicht mehr raus. Mann, Mann, Mann. Ich würde... Geht das wieder los? Ich würde da so gerne nochmal zurück. Na ja, gut. Ähm, Moment. Ich muss aber trotzdem... Nichtsdestotrotz und alledem muss ich noch einmal schnell die Waffen durchschalten. So, auf drei ist der vier. Jawohl. Fünf Raketenwerfer. Jetzt lädt ja die Texturen ziemlich langsam nach, ne? Komisch. Ähm, sieben ist das Ding. Acht war der. Und neun gab's nicht. Okay. Na dann, wir müssen irgendwie mit dem Aufzug fahren. Oder ähnliches. Warte mal. Geh mal kurz hier ein bisschen Dosis rein. Pfeifen. So. Weil wir müssen ja hier irgendwie Aufzug rufen. Aufzug ist schon da. Dann fahren wir mal mit dem Aufzug ins nächste Level. Whatever. So. Da sind wir schon. Noch alles ruhig hier. Sehr gut. Ich muss mal ganz kurz den Lautstärkepegel checken. Das ist ein bisschen laut. Ne. Hab grad noch was anderes aufgenommen. Und. Kommen wir da eigentlich... Ne, kommen wir nicht. Wäre auch ein guter Platz für ein Secret gewesen. Was haben wir denn hier? Samuel Hayden. Nach seiner Wiedergeburt wurde Projektleiter der Argent... Achso, wurde Samuel Projektleiter der Argent-Einrichtung. Er wurde als zu bizarr gesehen, den ersten Cyborg der Welt zum Chef des mächtigen Konzerns im Sonnensystem zu machen. Der Mekanoide Samuel Hayden erwies sich als noch beeindruckender als ein sterblicher Vorgänger. Unter seiner Führung erlebte die Argent-Technologie eine regelrechte Explosion. Die Erkenntnisse, die in der Argent-Einrichtung gewonnen wurden, sprengten alle Grenzen unseres Verständnisses von Physik. Wie Samuel es ausdrückte, wir schrieben das Buch neu und nannten es Argent. Nach der Vorstellung der globalen Energieverteilungsmatrix GEVM wurde deutlich, wer der wahre Kopf hinter der UAC war. Nach seinem triumphalen Weg zurück an die Macht hatte Samuel Hayden sein Ziel erreicht. In einem verblüffenden Anflug aus Einbildung und Größenwahn wandte sich Samuel Hayden zum Zeitpunkt des Einschaltens der GEVM mit einer Live-Übertragung an die Erde. Moment. Äh, nein, da. Äh, Erde, da. Dabei... Ich kann aber nicht scrollen mit dem Mausrat. Menno. Dabei stand er vor dem Argent-Tower und betätigte einen riesigen dreieinhalb Meter großen Hebel, der die erste Ladung Argent an die Erde losschickte. Eine eindeutige Botschaft an das gesamte Sonnensystem. Es gibt nur einen, der euch Strom anschaltet. Einschaltet. Anschaltet. Ja, ein bisschen großkotzig. Wo sind wir denn jetzt hier? Obligatorischer Blick in die Karte. Wir sind eine Ebene runtergefahren. Und wir müssten gleich an einer Runenprüfung und an einem Fatzke vorbeikommen, wenn wir uns links halten. Ich glaube, links ist sowieso der richtige Weg. Ah, Benzin. Guten Tag. Oh. Geht schon direkt los hier. Die da drinnen sind auch schon schwer und sicke. Puts. Weg ist er. Hier gab es doch immer diese eine Herausforderung, ne? Müssen wir die an denen mit den Kanistern machen? Ne, Quatsch, steht das nicht. Was hat denn hier? Das sieht mir aber so nach weiter aus. Ne, ne, warte mal. Ich gehe mal in die andere Richtung. Wir müssen ja luren, was da ist, ne? Was ist denn hier? Da hinten ist, äh, ah. Hier liegt auf schon mal, äh, hier liegt auf schon mal, hm. Hier liegt auf jeden Fall schon mal. Ich spreche schon wieder schneller, als ich denke. Kennst du das? Wenn du schneller sprichst, als du denkst? Da kommen nur so halbe Sätze raus, so Wortkotze. Äh, ja, da würde ich sehr gerne hin. Komme ich denn da hin? Was sagt denn die Karte? Äh. Ah, da komme ich auch, da komme ich auch so lang. Na gut. Dann, äh, huch. Hier lang. Dann müssen wir doch mal hier irgendwie... Was soll das? Äh, hier durch. Luftschleuse. Warum ist denn hier eine Luftschleuse? Speicherpunkt erreicht. Ein Dämonennest. Aber jetzt sind wir draußen. Wir sind draußen, deswegen eine Luftschleuse. Na gut, das macht Sinn. Ich habe nix gesagt. So, warte mal. Das bringt genau gar nix. So, die Knuterkoppe mal weg. Äh, falsch. Wieso will ich ja schon wieder R drücken? Ich muss ja nicht nachladen. Junge, nicht nachladen. So, hier ist auf jeden Fall Dämonenpräsenz. Deswegen sind alle Luken dicht hier. Da ist ein Extra. Das nehme ich jetzt natürlich noch nicht. Gleich wird hier wieder die wilde Luzi abgehen. Was ist das? Notfallsperrung ist das. Na gut, wir kommen nicht weiter, ohne nicht hier mal, ähm... für Zucht und Ordnung gesorgt zu haben. Ähm... Sonst ist hier echt nix, ne? So rein gar nix. Außer hier die Barriere. Das sieht man... Geht da unter uns ne Tür auf? Kann das sein? Hm. Na ja gut, komm. Wir räumen mal hier ein bisschen auf. Ich hoffe, ich nehme meinen Maul nicht so voll, weil, ähm... Verrecken ist ja durchaus möglich, ne? So, wo ist das Extra dahin? Na dann. Auf geht's. Juhu. So, Cyberman-Kubus. Was will er denn? Noch einer. Hm. So, darf ich jetzt vielleicht auch mal, ähm... Hier wieder jemanden, ähm, Glory killen? Dankeschön. Damit die Rüstung auch immer voll ist. Oh, 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 oh. Mann, Typ, kriege ich ab. Was ist da drüber reden? Äh. Wann habe ich denn die Waffe gewechselt? Ja, keine Muni, ne? Jetzt habe ich Muni. Noch jemand? Komm. Hey, da kann ich aber die nehmen. Mann. So, wir gehen mal zur Rüstung. Dankeschön. Ach. Aua. Säure. Dämonenpräsenz eliminiert. Hey, wo bleibt mein Spruch? Frechheit. So, haben sich hier irgendwelche Türverhältnisse geändert? Nö. Ich kann aber diese Muni aufnehmen. Da lag da auch noch eine. Die nicht. Na gut. Hier hat sich auch nichts geändert. Und hier, die kann ich aufnehmen. Hätte ich schon fast nicht gesagt. Was ist das denn hier? Ähm, von da oben kommen wir, oder? Guck mal da. Sieh mal einer, guck. Die Plattform, die macht bestimmt dieser Knopf hier runter. Diese Plattform, die macht bestimmt dieser Knopf runter. Ist das deutsch? Sicherheitsfeld wird deaktiviert. So, dann haben wir... Nee, tatsächlich bleibt die oben. Höchst interessant. Was ist denn mit der Tür jetzt? Fiel die auch unter das Sicherheitsfeld? Geht's dahinter weiter? Äh, ja. Dahinter geht's weiter. Ähm, das heißt... Hier ist ein Hebel in der Nähe. Vermute ich mal, dass der in der Nähe ist. Ich hoffe's. Na, komm. Ich seh dich doch. Irgendwas bewegt sich hier. Das wird auf jeden Fall der Weg sein, den wir weitergehen müssen. Ähm, warte. Ich will mal eben was ausprobieren. Verdammt. Ähm, komm ich irgendwie von hier auf noch eine höhere Plattform? Nee. Hier muss doch noch irgendwas sein. Geht's hier hinter weiter? Nee, da nicht, siehste. Hier sagt die Karte nischt. Das heißt, der Hebel ist hier irgendwo. Könnte denn hier der Hebel versteckt sein? Vielleicht, ähm... Also eigentlich theoretisch, wenn wir hier weitergehen, dürften wir nicht weiterkommen. Nee, genau. Dann geh ich mal hier weiter. Komm mal auf die Lücke. So, Rüstung. Mitgenommen. Was ist das? Geheimnis gefunden. So geheim war das jetzt aber nicht, oder? Ähm... Auf jeden Fall eine Runenprüfung. Die machen wir auch gleich. Aber erst mal... Oh. Was ist denn das? Super Turk... Turbo Turkey Puncher. Äh, ich konnte doch da gerade irgendwie E drücken. Äh... Äh... Enter Schlag. Ähm... Äh... Ja... Okay. Ich kann Truthähne verkloppen. Ja, ähm... Auf Dauer ein bisschen, ähm... Langweilig. Aber nettes Gimmick natürlich. Eine funktionierende... Konsole hier. Also ein Spielautomat. Okay, pass auf. Wir gucken uns erstmal die Runenprüfung an. So, schalte mit dem schweren Sturmgewehr alle Ziele aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Bewegung ist nur drei Sekunden lang nach einem Kill... Was? Nur drei... Ach du Scheiße. Drei Sekunden nach einem Kill können wir uns erst bewegen. Oder nur bewegen. Ansonsten bleiben wir stehen und müssen schießen. Blutbetrieben heißt die Prüfung. Oh weia. Das kann ja heiter werden. Warte ganz kurz, solange der lädt. Ach Mist, fertig. Kater raus. Lass, Moment. So, Entschuldigung. Immer wieder dasselbe. Immer wieder dasselbe. Mann. Ähm... So, Stuhl zurechtschubbern. Und los geht's. So. So, Entschuldigung. So, Entschuldigung. So, Entschuldigung. So, Entschuldigung. So, Entschuldigung. So, Entschuldigung. Vielen Dank.